Ja, kann auch leck sein. Vielleicht hat er auch einen Hyping, weißt du? Und ich hab ihn so spät gesehen oder so. Ich geh zu blau. Ich wusste halt nur nicht, ob er mich hört oder nicht. Die Frage ist, ob jemand bei uns ist oder nicht. Ja, unter mir ist einer, der fliegt auch in unsere Richtung. Ja, wir beschwimmen uns mit dem Compound davor, ne? Ne, 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 der fliegt genau mit uns mit. Hey. Ja, der fliegt zu blau, der fliegt zu blau, das ist zu gelb. Nicht zu gelb. Ich geh einen Compound hier weiter von vorne runter, ja? Ich geh diesem kleinen hier zu den drei Häusern hier vorne. Ne, der hat abgedreht. Okay. Einer ist... Okay, ein Team ist hier. Einer ist genau hinter uns. Ja, genau, bei gelb. Und ein Team ist Wasserfarm, zumindest einer von denen. Wasserfarm ist ja klar, ne? Was das ist. Ja, ja. Genau, ne. Ja, genau. Mit den... Mit den, äh, Dings Wassertanks da, mit den großen Silos. War ich gerade ein bisschen nervös, aber, naja. Ärgerlich. Da muss man, ich glaube, da muss man aggressiv fühlen. Ich bin zur letzten Sekunde ausgestattet. Ja, aber das war, der hat, der hat geschimmelt. Ach, zweimal verkackt die Runde. Die beiden, die da gerannt sind, die... Ich hab, ich hab lange überlegt, weißt du, lässt du die jetzt laufen? Weil du, ich stand halt offen, ne? Das war halt so... Ach, das war nämlich der Typ, den ich nicht genockt hatte von den beiden. Den ich nicht bekommen hatte. Alles gut. Ja. Ah, nicht immer funktionieren, ne? Alles gut, Mardin, Alter. Dritter. Solange wir Top 5 sind, Top 3, was jetzt ich, Mann. Alles gut. Würde ich nämlich auch sagen. Hallo, meine Süßen. Ah, läuft ja. Ach, schön. Ähm, bei dir ist nix, oder? Also kein Gegner. Ne, nicht, dass ich wusste. Ich hab jetzt noch zwei Rucksack. Hab schon. Na, was geht bei euch? So, wir probieren, Duolider zu climben. Okay. Erik, haben wir jetzt schon den Top 1000 verfrachtet? Würde ich auch sagen, ja. Ich bin doch irgendwann bei Millionen zu lassen. Top 1000 ist in weiter Ferne gerückt. Okay. Auf einen sei Equipment ready. Ja, mich auch, aber ich hab mal keine Waffe. Und gut viele Attachments und sowas, aber... Auto, Auto ist gefahren, zur Wasserfarm. Glaub ich, der holt seinen Maid ab, nehm ich mal an. Geht's so blau, lieber? Das ist auch fast, dass die anderen, wo die haben dann einen richtig großen, großen Compound zu looten sind. Oh, fuck it, man. Was ist los? Komm zu dir, komm zu dir. Ja. Einer slow, einer slow von denen. Okay. Ich probiere, die auch zu move'n. Ich kann jetzt halt eins lassen, ja. Fahren die weiter oder halten die an? Fahren weiter. Ah, scheiße. Ich weiß, OZ, da weiß man immer nicht, wie man schießen soll. Ich hab so viel First Aid Kram und so'n Scheiß. Keine Waffe. Bin ja meistens ein sehr entspanter Mensch, wenn's um sowas geht. Aber ich hab jetzt wirklich alles, was ich da dran machen kann oder draufsetzen kann, da ist jetzt ich, aber... Ich find einfach keine... Alles in verschiedenen Farben und Himmelsrichtungen. Ja. Okay. Okay. War schon. Ich hab ja auch schon ein Samis Zäh. Aber das ist echt schon krass. Das ist echt schon eine Frucht oder so. Nur AC... Pistolen. Tja, manchmal ist Kacke. Aber auch noch nichts. Und dann hat sie. Ich hab noch ein Haus. Und entweder ist das das oder? Oder das ist es nicht. So ist es mit dem Licht. Mal brennt es und mal nicht. Zumindest hab ich schon 30 Benches. Ja, super, oder? Ja, nice, ne? Ich hab ein Uzi. Ja, ich auch. Na, siehst du. Mal ein Uzi-Party. Mit Uzi das Spiel gewinnen. Easy. Dann lieber Crossbow. Ja, grad eben hätte ich ein Uzi gehabt, hätte ich den wahrscheinlich auch gehabt. Hey. Ich hab alles, Martin. Alles. Nur keine Waffe. Ja, Jörg. Das ist der Clema. Mit dem Licht. So. Komm, äh, wo wollen wir hin? Na, zur Bridge. Dahin oder dahin? Na, wo ich hin? Ja, du kannst dich da... Du kannst dich zu gelb bewegen. Ja, bei mir ist auch einer. Weil gäbe es keiner runter, oder? Ich glaub nicht. Das hab ich da keinen gesehen gehabt, aber das... Obwohl, wir sind schon relativ weit geflogen, so. Der Tereschwede, Mann. Eine Eier, eine einzige, bitte. Egal, was. Ich hab's mir. Der wird mir... Nix. Egal, Martin. Aber ich meine, guck mal. Die Runde grad eben, kein Loot gehabt und trotzdem halt hochgekommen, ne. Dann war ich gut. Oh, noch keine Eier. Mensch, ey. Wir können zu viel, chat. Hey. Das ist schon... Das ist schon ein bisschen... Ich weiß ja, wie viele Leute ich jetzt schon durchgekommen habe. Keine Ahnung, ey. Aber viele. Zu viele, Alter. So, hier war auch nix. Gehen wir noch weiter. Ich hab... Vier Visiere. Jetzt auch mit... 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 Bleibt ja nicht übrig. Aber Autos... Autos noch und durch, hab ich ja nicht. Oh. Oh, hm. Kann man die Funde, Martin? Nein, Erik. Ist so, Alter. Ich glaub, ich hab ne UMP gefunden, immerhin. Ich glaub, ne M4. Krasser Boy. Oh, drei. Lack... Lacken wir schon noch 20 Schuss dazu. Alles gut. Geht langsam, das hat sich die Lage. Ja. Ich mein, man will ja kämpfen gehen, ne? Aber ohne irgendwas will man ja auch nicht in den Fight. Ja. Wir haben 4s-User quasi schon fast ausgebaut. Du hast doch genug Zeit zum... Extensions looten gehabt. Mit ne Mini hätte ich auch schon alle zusammen. Das ist schön. Immer noch keine Eier. Wir machen hier Gangfighter da immer. Schön, Uzi's Joyfire. Was ist das? Ne AK. Na toll. Ja, sie... Sie... Siepi. Siepi. Wolltest du... Kompensator haben für MP? Ja, mach ich auf meine Uzi auf. Leider ein paar. Guck mal, ich hab noch ein Vierfach, Martin. Ne, 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 ne. Ja, alle dabei. Dass der das automatisch auf die Waffe drauf macht, wenn der das aufpickt, ne? Ich... Versteh's nicht. Kann man bestimmt einstellen. Ne, glaube ich nicht. Doch, doch, kannst du einstellen. Doch. Der Streamchat weiß bestimmt. Ich wüsste auch, dass man das einstellen kann. Okay, gut. Hier ist noch eine 2er Backpack hier oben. Hab ich. Okay. Guck mal, die ist noch. Ach, Compensator, ja. In das richtige Haus reingelaufen. Brauchst du noch einen Volo oder sowas? Oder einen Red Dot? Ich hab einen Red Dot. Hier ist noch ein Two-Times. Brauchst du ein Two-Times? Ne, spielst du sowieso nicht. Die Frage, ja. Brauchst du Vendages? Martin, was brauchst du denn überhaupt? Sag mal. Nichts mehr. Guck mal, ich... Ne, ne. Vierfassucher, Vierfassucher, Martin. Ja, ne, ne. Ja, ne 5f6-Waffe, hätte ich. Ja, gut, damit kann ich nicht dienen. Brauchst du irgendwas an Healing oder so? Ne, ne, hab alles. Fein. Äh, nimm mal den Uratz, der hier vorne steht und fang mal zur Bridge und ich nimm mal den, der hinten steht. Ähm, wohin zur Bridge? Äh, erst mal der Tankstelle. Hier. Das ist schon wieder lustig und erfangen hier mit dir. Wieso? Na, wenn jetzt... Ich weiß einfach hinter die Tanke und hoffe, dass einfach hier keiner ist. Hier ist keiner. Hier kochst du auf, hier ist noch ein Acker drin. Der Ammunitioner, guttamm. Ihhh, ich hab ne Mini gefunden. Der liegt hier genau von der Tanke. Was ist denn noch für ne Waffe? Ne, viel. Ne. I'm sorry, Martin. Mein Ding. Oh, auf der Bridge, auf der Bridge ist einer. Okay. Ganz hinten am Ende noch. Das hätte ich gesehen. Ne, ne, hat er nicht. Ihn, koste ich jetzt mal. Hab ihn, glaub ich, auch gesehen. Jetzt hat er mich schlecht auch gesehen. Oh, die steigen gleich ein, die steigen gleich ein. Ja, ja. Ist doch auch noch auf die Bridge quasi? Ne, lass sie kommen, lass sie kommen. Du kannst ruhig da bleiben, wo du bist. Am besten, du setzt dich in die Dings, in die Bushaltestelle. Okay, die move'n jetzt. Warte, warte, warte. Ich feier. Links ist halt, oder? Die. Down. Okay. Ach ja. Ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man sich mal wieder einer wischend zum Brückencamp. Und sie sind auch wirklich genau vor der blauen Zone angehalten. Naja. Hab gar nicht schon früh geschossen. Ich glaub da, äh, klappt das jetzt mit der AR? Sieht gut aus. Geil. Hier ist ne Mini drin, Martin. Und jede Menge Mini. Ja, weil das Magazin ist auch dabei. Ich hab alles, ja, wir können anfangen, Martin. Ich lauf schon mal zurück, ja. Ich bin wirklich richtig voll mit Equipso. Gut. Ich hab fünf Erste-Hilfe-Koffer, zwei Schmerzfeld-Renergy, also. Ja, ist cool. Wenn du irgendwas brauchst, Martin. Alles klar, ich hab den... Alles klar, ja, ich hab den... Alles klar, ja. Alles klar. Ja. Ja, ich würd' sagen, ich bin gekübt. Ich glaube, man macht so'n schönes metallisches Geräusch, so. So'n Bolzenschlussgerät. Ich hab markiert, wo wir hinfahren. Oh, okay. Der mit beiden noch... Jeder einen, oder was? Ja, klar. Komm, Martin, ich nehm mich schon mit, bis zur Bushalte. Hinter der Bushalte-Stelle besteht mein Wurzel. Wollen wir jeder einen nehmen? Ja, klar. Warum geht's denn? Ich steck aus. Die Armschweine, ey. Ja. Komm. Ist halt so, ne? Ja. Don't hate the game. Hate the players. Ne, andersrum. Ich finde, es ist nur... Laut-Jekobs-In-Verpuff-Fahrzeugen gehandelt. So laut. Was ist denn Stau eigentlich mit dem U-A-S? Fett. Keine Ahnung. Wo staubt mehr so? Eigentlich ist es ja voll funktionsfähig. Ja, ja, aber in Staub gießt es dann. Und hier hast du eine richtig fette Spur. Was ist nicht das, kann man sich nicht weiß. Oderst du in ... Und hier hat ist Interesse. Es ist natürlich ein Leben. Was ist nicht das, kann man sich also überrasen. Ich fühle dich an. Uiuiui, der ist ja close Aber wirklich wahr Eigentlich will ich den nicht contesten Ich will den auch nicht Ja komm Hier ist ein UAZ Am Compound Ja Oben drauf, irgendwo Hinterbaum Rechter Baum, rechter Baum Ja, ja, ich weiß Ja, Maid hier und so Fuck Gelbe Häuser Das war das, war das dann Die sind mega low, die beiden Ja Am rechten Baum ist noch einer, ne Erik Einig Die haben nichts mehr, die beiden da Und der Baum liegt auch noch, oder? Glaub schon Noch ein Auto Hier kommen wir gehalten Fade, Fade, Fade Fade, 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 Fade Ich geh ins Haus Ich geh ins Haus Ich geh ins Haus Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, Spinner Ok, die anderen fahren weg Bist du dich safe? Von Norden, Erik Von Norden Pass auf Naja Wir haben mit nem UAZT angehalten irgendwo Ich weiß nicht, was die machen Ja, ich weiß Bist du im Haus drin? Nee Ich bin jetzt drin, ne? Ja Komm auch gleich Zugemacht Puh Wir müssen hier vor uns sein, in dem Haus Zu viele, oder? Zu viele Für mein Geschmack Hab die anderen halt leider nicht gesehen Norden war halt auch noch einer, so Ja, eigentlich hier auf dem Kompon drauf, ne? Hast du die Tür aufgemacht, ja? Ich hab die Tür aufgemacht, ja Hier vorne auf dem Haus muss er sein auf dem kleinen Haus Hier vorne Ah Am liebsten würde ich nach Norden wieder raus zu dem Baum, aber Da bist du halt direkt beschossen, so Kann halt auch nicht aufs Dach, oder? Doch, kannst du Aber das ist halt scheiße Weil du nichts, keine Deckung hast Am Baum, oder? Ja Hier leider keinen Kann ich an dem Baum mit den roten Blättern Weißt du was wir machen müssten? Was denn? Wir müssten die beiden Dudes auf dem Kompon töten Ja gut Sonst halt nicht hin, ne? Wir müssen hier raus eigentlich Hier vorne raus Hier Wir sind doch im Ausgang Ja, aber hier Wir sind umzingelt von den Gegnern, Alter Ja, aber die haben hier nen Jeep Verstehst du? Wollen wir hier raus? Hier unten? Kommst du raus? Lass mal hier raus Lass mal hier raus Lass mal hier raus Im Bad, im Bad, im Badezimmer 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 Gut Stark Okay Martin, was machen wir? Jetzt haben wir alles cool Jetzt haben wir eine Seite Jetzt können wir eigentlich wieder zurück Du kannst ja hier bleiben Ich geh mal zurück Aber jetzt ist alles cool Jetzt haben wir uns eine Seite frei Wir haben uns frei geschossen Ja, hinten da wo wir voll waren Sind halt auch noch welche, ne? Ja klar Aber das ist uns egal Wir haben jetzt ein Auto Hab einen gekillt Norden Nice Ja, aber der ist nicht allein Der ist genug gewesen Also der hat noch nen Mate hier oben im Norden Ne Down Nice Schön Martin, starkes Ding Ich glaub der ORZ ist aber kaputt Der fuhr nicht so gut Ich hab Kontakt Und zwar die Gegner hier Die müssen gleich in unsere Richtung Moven Okay Das ist Lennig Knockt Er kann ihn eigentlich nicht holen Wir können doch, wo wir im Nebel waren bei den Häusern Da will ich eigentlich als nächstes hin, ja? Kannst ja schon mal hoch gehen auf den Berg 285 Ist ein einsamer Baum Vor der Hügelkuppe Rechts neben den Häusern Im Westen Dahinter revivet er den grad Siehst du den Baum? Ja, rechts direkt auf dem Hügel oder was? Ja, links 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 Negrad 200 300 Guck mal hinten läuft noch einer Am Westen, Westen Ja Noch einer Und vor dem Baum Vor der Baum Die haben gleich Stress Die haben gleich Stress Da ist noch einer hinter Ja Okay ich hol mir die 556 Wir müssen move'n Ja Um andern Haus wir müssen blau einnehmen du hast alle 56 rauskommt okay kann ich legen ja das ok ich habe ich habe auch genug ist es war nur zum putzen erik da wo du stehst habe ich zwei leute erschossen vielleicht da liegt da läuft einer wo 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 hinter uns hinter uns hinter uns osten am stein 105 am stein ich hoffe ich gehe auf die auf die andere seite des hügels komm mit er ist rechts von unserem stein über die hügelkante rüber bei mir ja läuft links von uns im westen warte sind wir tot ja ich habe beinahe getötet what let's go ok wo sind die denn noch her gekommen alter todeszone ich habe noch energies rein los let's go an die häuser an westen muss laufen westen muss laufen ich habe mich kurz aufmengen wir können es von mir aus probieren es ist auch irgendwas close bei uns ja das große feld ist halt krass das ist krass ja wollen wir move einfach ich booste mich voll und dann move wir ja warte ich muss mich auch noch meinen letzten nehme ich noch eigentlich da rankommen ich bin halt auch probieren links rum zu laufen ne 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 links und gegner ready ja gut vor uns ja ja ich weiß ja können wir probieren wir lassen die häusern keiner sein obendrauf ist natürlich dass keiner so links von uns steht einer am holbein vielleicht nicht ich schließe nicht lassen zuerst und noch nicht mal ja der läuft da der läuft da hat mich gesehen glaube ich er läuft er kommt jetzt gleich über den hügel rüber ne hier ist offen ja klar wo ist der dude keine ahnung aber eigentlich müssen wir das ekf machen geh aufs dach komm wenn dir was auf die anderen lächer aufnehmen und sonnen das hast du oder ja auf dem freien feld ist einer an der küche ist direkt ein drop alter ich kann glaube ich nicht aufs dach aufgeben so achso achso 150 der stein hier vorne zwei leute beide hinter der großen kuppel ja ja weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich habe ich im vision ok jetzt müssen wir uns auf die anderen seiten konzentrieren weil wir sind drin ein ausgenockt im südwesten hat kein helm mehr ein ausgenockt wieder wieder dahinter oder was wieder dahinter hinter dem wo ich tippe das klaus bei uns das ist hier liegt ein motorrad aber bei dir rein wir müssen jetzt gleich musen ne die müssen nicht wir müssen nicht wir müssen auch nicht wir müssen auch nicht wir müssen auch nicht wir müssen auch nicht bist du gelaufen ich bin oben ja ich bewege mich die ganze zeit warum tappt er ein derrick let's go ok unten oder? ja das war ganz richtig close hier da kann ich dir helfen Martin gar nicht beide tot? ja einer tot in unserem Nachbarhaus definitiv safe call hier drin gelber Marker 100.000% ich hab unten zugemacht oh Erik wir sind drin an unserem Haus Nordseite am Spielplatz kannst du mal unten gucken dass keiner reinkommt unten? unten in dem Haus reingelaufen bei gelb oder was? ne ja ich doch schon ich glaub mich ob die beiden Dudes am Heubein sich bewegt haben oder nicht? ne ich glaub nicht ne ich glaub nicht sicher ja also jetzt hab ich nicht mehr sicher close bei uns am Haus das sind vom Heubein da schießen ein 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 down da ist noch einer da ist noch einer wir sollen er kommen fuck it ich komm nicht mehr raus wir können nur hinten raus ausgehen oder aufs Dach setzen davon ich hab noch keine boosting einiges mehr das Dach ist echt scheiße aus scheiße aus scheiße aus ich muss riskieren auf Dach zu kommen ne wo bin ich in welcher Etage ich bin oberster ok ich probier's ich bin super fein die anderen können ja gar nicht hier drin sein einer close bei mir tot ja noch Energy sind wahrscheinlich die beiden auf dem Feld oder? ich möchte nicht sagen ich rück ich move dann raus ja ja du kannst dann rausmuchen ich bin auf dem Dach ich kann dir Feuerschutz geben wahrscheinlich an der Wand oder so kein Plan der Heubein ist übrigens immer noch in der Zone oh am Heubein immer noch bin down bin down bin down ja Erik Mann let's go schönes Ding schön ich hab sie echt schön distracted ey richtig geil Erik Mann